Ihr habt Lust auf eine Veränderung in Form eines Stufenschnitts? Das sind die beliebtesten Frisuren für lange Haare und für wen sie am besten geeignet sind. 1. Face-Framing-Layers Hierbei wird nicht das gesamte Haar durchgestuft, sondern lediglich die vorderen Partien. Mittellange Haare oder sogar die zeitlose Bob-Länge profitieren von dem Schnitt. Auch in Kombination mit einem Pferdeschwanz macht der Cut optisch richtig was her. 2. Wasserfallstufen für dickes Haar Waterfall-Layers beginnen ab der Mitte des Haares und fallen, wie der Name schon sagt, wasserfallartig bis in die Längen. Der gesamte Schopf bekommt dadurch mehr Dynamik. Diese Frisur ist besonders für Haare mit viel Spliss geeignet. 3. Soft-Layers Stufenschnitt für feine Haare Bei Soft-Layers wird das Haar auf eine Länge geschnitten und lediglich in den Enden leicht durchgestuft. Durch den minimalen Effekt erhält die Frisur eine ganz andere Dynamik. Noch dazu steht der Haarschnitt den meisten Gesichtsformen richtig gut.